Hey Freunde und willkommen zu diesem kleinen Mini-Guide zu WoW, genauer gesagt zu dem Guide, wie wir ein kleines kostenloses Merlock-Pad finden. Wir befinden uns, wie ihr seht, in Nordend, genauer gesagt in der Boreanischen Tundra, exakt an dieser Stelle. Ich zeige euch das auch nochmal hier so, hier vorne direkt vor diesem Turm. Und hier mounten wir jetzt einfach mal ab und springen ins Wasser. Hier unten befindet sich nämlich, ihr seht, da schwimmt schon jemand hin, so ein kleiner Spalt, der in eine Höhle führt. Da schwimmen wir jetzt einfach mal rein. Ist ein bisschen schmal, der Spalt, aber man kommt hier durch. Na, so. Muss man sich ein bisschen durchfummeln, aber das funktioniert. Wenn hier bereits andere Spieler sind, ist das nicht so schlimm, das könnt ihr komplett ignorieren. Und dann landen wir hier in dieser kleinen Höhle mit dieser Perle. Und in diesem Skelett befindet sich ein kleines weißes Merlock-Ei. Das looten wir, gucken uns das Ganze im Inventar an und da haben wir, lehrt euch, wie man Turkey beschwört. Und damit haben wir ein kleines neues Pad, das ich euch auch nochmal eben zeigen werde. Und zwar hieß das wie Turkey. Da ist der gute Turkey. Und das war auch schon der ganze Zauber. Kann man halt auch wunderbar im Kampf nutzen, das kleine Biest. Ja, brüll nicht so da. Und so, wie gesagt, finden wir einen kleinen Merlock. Das war es dann auch schon mit diesem Mini-Guide. Ich sage danke fürs Reinschauen. Ich gucke mal, ob es vielleicht irgendwann noch weitere Guides gibt. Hier und da wird es sicherlich mal welche geben. Bis dann auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal.